Ich habe euch ja schon in, ich glaube zwei Videos sind jetzt, also drei, die Ruga Mini 14 von mir vorgestellt. Wie ich ja schon am Anfang oder von Anfang an gesagt habe, wird es eine durchaus längere Videoreihe werden. Warum auch nicht? Hier bietet es auf jeden Fall relativ viel Stoff für Videos an. Heute geht es um das Thema, was benötigt man zum Beispiel zum Saubermachen der Waffe. Ich werde sie nicht sauber machen, da sie bereits sauber ist, aber wir werden auf die diversen Utensilien eingehen. Ihr seht hier ausgebreitet, da fangen wir einfach jetzt mal ganz kurz damit an, was man so alles für das Saubermachen einer Ruga Mini 14 und Büchsen, die mit einem vergleichbaren Verschlusssystem bestückt sind, benötigt. Also, Numero Uno, sage ich mal, Handschuhe. Ich empfehle es auf jeden Fall, wenn es schnell gehen soll, was ja auch mal sein kann. Man ist auf dem Stand und hat jetzt seinen Wettkampf geschossen, sein Training geschossen, dass zumindest mal der Lauf auf jeden Fall mal durchgezogen ist und gereinigt ist. Da bietet sich auf jeden Fall immer zum Beispiel hier von der Firma Niebling der Bohrblitz an. Hier im Kaliber 0.22 bis 0.243, also die 0.223 schräger 0.556 sind hiermit abgedeckt. Funktioniert absolut tadellos. Und für die, die es noch nicht so ganz mitbekommen haben, der Bohrblitz ist einer der wenigen, die am Ende des Bohrblitzes noch eine kleine Schlaufe haben, wo man zum Beispiel aus dem typischen Bundeswehr-Putzset die Hakenbürsten, Nylon wie auch Messing oder die Kombobürsten einsetzen kann, um nochmal, wenn man den Bohrblitz mit dem T-Griff durchzieht, ein bisschen mehr Reinigungseffekt zu erzielen. Was man alternativ verwenden kann oder auch zum Reinigen selber, denn ihr werdet gleich sehen, wenn ich eine Mini-14 auseinandernehme, komme ich von gerade hinten nicht in die Patronenkammer rein. Das heißt, ich kann eigentlich nur hier von unten oder durch den Hülsenauswurf in die Kammer reinkommen, um dort eine Bürste einzuführen. Das heißt, entweder ich führe sie also von vorne in den Lauf ein, was man machen kann. Das ist kein Drama, denn die Bürsten, die wir für die Büchsen verwenden, sind allesamt weicher als der Lauf. Man sollte nur darauf achten, dass nach Möglichkeit die Hülse vorne nicht vorne an die Mündungskrone anstößt. Da könnte es dann tatsächlich zu Beschädigungen kommen. Ansonsten bietet die Firma Niebling das sogenannte VarioFlex-System an. Das VarioFlex-System ist relativ easy. Es besteht aus einem kunststoffummantelten Stahldraht mit den entsprechenden Gewindehülsen dran. Auf der einen Seite kann ich jetzt hier einen T-Griff dran machen. Den kann man optional mitbestellen. Bzw. kann man ist beim VarioFlex, soweit ich weiß, mit dabei. Und ich habe auf der anderen Seite das Niebling-typische M4-Gewinde. Das heißt, hier passen alle Bürsten der Firma Niebling oder Bürsten, die ein M4-Gewinde besitzen, drauf. So, jetzt gehe ich ähnlich hin wie mit dem Bohrblitz. Ich nehme die Seite für den Griff und führe sie von der Patronenkammer aus durch den Lauf und schraube den Griff dann dran und ziehe die Bürste dann in Schussrichtung von der Patronenkammer, wie es so gerne gemacht wird, durch. Ein super System funktioniert absolut tadellos, aber nicht für alle Reinigungssysteme oder Reinigungsapplikationen geeignet. Ich werde gleich sehen, was ich meine. So, hier haben wir zum Beispiel auch erneut die Firma Niebling, den Carbon-Putzstab. Das ist ein Stück Carbon mit entsprechender Messinghülse vorne, Messinghülse hinten, zweifach cool gelagert. Und ihr seht, wie sich dieser Griff dreht und dreht und dreht und dreht und dreht. Das heißt, der kann tatsächlich sehr frei sich drehen und damit auch den Feldern und Zügen des Laufes tatsächlich folgen. Sehr, sehr hohe Qualität, absolut top Ding, benutze ich gerade bei dieser Büchse, habe ich ihn jetzt schon mehrfach verwendet, geht einwandfrei. Kann ich absolut empfehlen. Natürlich brauchen wir sogenannte Utility-Brushes auf der einen Seite, also die gibt es in unterschiedlichen Varianten. Gibt es einmal Nylon, einmal Bronze, schräger Messing. Die gibt es mit Nylon, Nylon, Bronze, Bronze gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Hier ist die Combo-Version. Die brauchen wir, um dann zum Beispiel im Verschlusssystem, am Verschluss selber hinzugehen, um dort dann entsprechende Verkrustungen, losen Schmutz wegzubürsten. Die AR-Schützen unter euch werden diese Bürsten kennen. Das ist die typische Patronenkammerbürste. Ich komme ja bei der Mini 14 nicht von hinten direkt in die Patronenkammer rein, dass ich also dort mit einem Putschstab oder mit einem T-Griff oder wie auch immer tatsächlich rein könnte, um die Patronenkammer mit dieser speziellen Bürste zu reinigen. Jetzt habe ich auf einem Video aus den USA, wo es um das Reinigen der Mini 14 ging, gesehen, da geht einer hin, nimmt eine Patronenkammerbürste und kröpft sie einfach um auf 90 Grad. Damit bekomme ich die Bürste problemlos in die Patronenkammer rein mit einem entsprechenden Verlängerungsstab, wie jetzt hier. Wenn ich den dran setze, kann ich, wenn wir den festschrauben, kann ich hier schön hin und her bürsten, um die Patronenkammer entsprechend sauber zu machen. Das ist ein kleiner Lifehack. Die Firma Nibling hat mir diese Bürste so zur Verfügung gestellt und funktioniert tadellos. Ob die Firma Nibling das tatsächlich ins Programm aufnehmen wird, in dieser Variante, vielleicht ein bisschen anders gekröpft, das kann ich nicht sagen. Aber jeder, der so eine Bürste hat, die kosten ja wirklich nicht die Welt, kann sie auch selber natürlich abkröpfen und es funktioniert tadellos. Was brauchen wir noch? Wir benötigen gegebenenfalls eine Ölbürste, also sprich, wir kennen es alle, die Nylonbürste. Wir benötigen eine Bronze-Schräger-Messingbürste. Hier Kaliber 22 bis 5,7 Millimeter, also Punkt 228. Hilfreich kann es sein, dann entweder ein Patchhalter, ein Filzhalter oder, was auch ganz gut funktioniert, wenn man tatsächlich mit den Original-Patches arbeiten will, ist so ein, ja, wie nennt sich das, eine Patchspitze. Damit nehme ich ein Patch, stecke den hier vorne drauf und schiebe ihn dann quasi in dem Moment tatsächlich von der Mündung aus nach hinten durch, weil ich kann es nicht ziehen. Deswegen sagte ich ja vorhin, das VarioFlex-System funktioniert nicht für alle Applikationen. Das heißt, in dem Moment, wenn ich ein Patch habe, was vorne drauf steckt und ich ziehe ihn rückwärts durch, dann ziehe ich den Patcher gerade wieder runter. Funktioniert also nicht. Damit kann ich also tatsächlich nur von vorne gehen. Wer das nicht möchte, weil er Angst um seinen Lauf hat oder wie auch immer, nimmt einfach Filze. Die gibt es natürlich auch hier in unterschiedlichen Paketgrößen. Das sind jetzt die für die Kaliber 22 bis Punkt 556, also genau für dieses Kaliber. Selbstreden brauchen wir natürlich auch zum Saubermachen entsprechendes Reinigungsmittel. Bei der Büchse nehme ich entweder die Schleteck-Produkte oder halt hier auch, weil ich es ein bisschen feiner dosiert bekomme, das Pulpo, was bei den Nibling-Produkten mit dabei ist. Ihr seht also, die Firma Nibling bietet euch alles das an, was ihr tatsächlich zum Putzen einer Büchse benötigt. Erhältlich sind die Produkte wie gehabt bei Shooters Corner zum Beispiel. Okay.